Ja ihr Lieben, wir waren im Dezember bei unserem Kunden die kleine Blume in Erfweiler und hatten dort Content-Tag und wir nehmen euch mit. Viel Spaß! So Tristan, wo sind wir heute? Wir sind bei der kleinen Blume und kriegen jetzt hier das Interview mit drei Mitarbeitern. So, dann als erstes stell dich mal mit deinem Namen vor und was machst du dir? So hallo, mein Name ist Selv, ich mache hier nur ein Ausbilder und Assoffert Bachmann. Meine Tätigkeiten sind Büro, Rezeption und Service. Hallo. Hallo. Ja, ich war so Video. Wir haben Hunde am Tüsen hier, falls wir unterwegs sind mit dem Hund, kann man die gerne nutzen. Okay, super. Ich würde da nicht immer das Gleiche machen. Kaffeemaschine und Gläser. Ich mache gerade so, als würde ich hier im Sprung machen, was ich sehe. Sprung mal so ernst. Ja. Dann würde ich die Zeitung nennen und sage Moin und das war's. Hallo, Moin. Dann kann einer von euch die Bar machen. Und los. Ich hätte gerne Bier. Ja, gerne. Okay. Und das dauert jetzt 10 Minuten, oder? Ja. Ich weiß. Genau das kann man erinnern, dass ich mache das. Ich habe mich dann hier. Ich sage mal, was soll ich suchen? Guten Abend. Hallo. Ich werde deine Tomaten suchen. Danke. Bitteschön. Dankeschön. Und einen guten Appetit. Dankeschön. Wie fandest du den Dreh heute? Also, ich glaube, meine Hände zitternd immer noch. Okay. Weil ich die ganze Zeit mit dem Ton geangelt habe. Aha. Also, was heißt das? Anstrengend. Okay. Aber war... Erfolgreich, ja? Gut. Guten Tag. Hi. Wie fanden Sie den Dreh? Hungrig. Ich bin hungrig. Ja, ich auch. Ja, der Dreh war ganz okay. Ähm, ja. Ja, okay. Aber jetzt erst mal essen, gell? Ja. Bauchnimmig. Stark. Jetzt bin ich schon an hier. Ich bin auch da. Nein, ich mache jetzt hier Selfie-Modus. Hi. Ich fande den Dreh auch sehr gut. 10 von 10. Und jetzt geht es gleich zurück, gell? Yay. Das war's mit dem Dreh. Jetzt geht es zurück ins Studio. Aber ich muss vorher noch aufkanken. Und ja, bis gleich. Tüdelü, blöder Wichser. Was? Tüdelü, blöder Wichser. Hey. So, here we go again. Ah, schon wieder Pappa. Moin. Willkommen zurück. Ich habe keine Auskunft. Reisen nach Landau. Wir wollen eigentlich nach Pirmasens. Aber guck mal. Fahrt du ab. Du? Da kann man ja drehen. Jetzt doch nicht. Jetzt. Jetzt nicht durch. Ja. Ja. Wuuu. Ja. 16 Minuten statt 30. Juhu. Ab und dann. Ja. Ja. So, wie ihr gesehen habt, haben sich die Mädels und Jungs zwar verfahren, aber sie haben es auch wieder geschafft hier ins Studio. Und das war es dann auch schon mit dieser Folge Film und Foto Insights. Wir hoffen, das Video hat euch wie immer gefallen. Gebt uns alle Daumen nach oben. Folgt uns auf Social Media. Abonniert den YouTube Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao.